Hallo Leute und herzlich willkommen bei diesem neuen Film. Heute mal nicht zum Thema Voreinstellungen in Photoshop. Ich hatte es euch ja schon angekündigt, wir werden mal eine Pause machen, zumindest von einem Film und heute geht es um ein anderes Thema und zwar Speichern in Photoshop. Immer dann, wenn wir Photoshop öffnen, wissen wir vorher schon, wir müssen Photoshop auch irgendwann mal wieder schließen. Heißt, wir müssen dann natürlich unser Ergebnis auch vorher abspeichern. Heißt also auch, immer dann, wenn wir irgendwas in Photoshop machen, müssen wir ja irgendwie speichern. Also ist das ein sehr wichtiges Thema. Und wir haben verdammt viel Möglichkeiten, irgendwas zu speichern und das ist noch lange nicht selbsterklärend. Wir haben Speichern, Speichern unter, Kopie speichern, Exportieren als oder Schnellexport als PNG für Webspeichern. Dann können wir auch einfach nur auf das Kreuz gehen, auf das geöffnete Bild. Dann können wir das auch so zumachen. Und mal gucken, ob ich da gleich noch mehr finde. Lasst euch überraschen, wir gehen jetzt an den Monitor und ich zeige euch jetzt alles, um was es da geht. Und ich würde sagen, Daumen nach oben, wenn euch der Film gefallen hat. Und natürlich wieder ein Abo hinterlassen. Und los geht's nach dem Intro, bis gleich. Okay, liebe Zuschauer, da sind wir da im Monitor und ich habe jetzt hier mal ein Bild geöffnet. Und wir gehen jetzt mal hier oben auf Datei und schauen mal, was wir denn jetzt hier haben. Wir haben zum einen Speichern. Ist jetzt ausgegaut. Denn ich könnte das Bild ja jetzt einfach wieder schließen, weil ich habe ja nichts gemacht. Wenn ich jetzt einfach nur schließen möchte, weil ich nichts gemacht habe, gehe ich einfach hier auf das Kreuz. Und zack, ist das Bild wieder zu, ohne dass wir irgendetwas gefragt werden. Also wenn wir mal so ein Bild versehentlich geöffnet haben, ist das kein Problem. Einfach auf das Kreuz von unserem Reiter hier, von unserem Bild gehen. Und schon ist das Ganze, also Registrierkarte hier auf das Kreuz und schon ist das Bild zu, ohne dass wir irgendwas gefragt werden. Dann haben wir hier Speichern unter. Dann haben wir hier Kopie speichern. Dann haben wir hier Exportieren. Schnell Export als PNG. Exportieren als für Web speichern. Und, was ich euch ja gerade schon gezeigt habe, wir haben die Möglichkeit, einfach hier auf das Kreuz zu gehen. Also, das Bild hierüber zu schließen, geht auch. So, und habe ich euch ja gerade gezeigt, wenn wir nichts gemacht haben, dann können wir einfach hier auf das Kreuz gehen, ist das Bild zu. Und wenn ich jetzt hier versuche, irgendwas zu speichern, geht nicht, weil wir noch nichts verändert haben. Wir könnten aber durchaus sagen, wir möchten das Bild speichern unter oder auch eine Kopie speichern. Den Unterschied zeige ich euch gleich noch. Genauso gut, wie wir auch jetzt schon exportieren. Das würde jetzt alles natürlich schon gehen. Oder für Web speichern. Okay, aber die Unterschiede zeige ich euch jetzt nach und nach. Wenn wir jetzt aber im Bild schon irgendetwas verändern. Ich nehme euch jetzt mal einen Pinsel und ich lege jetzt bewusst mal keine Ebene drüber, sondern ich male direkt auf der Hintergrundebene. Ich male jetzt hier einfach mal im Bild rum. So, und das gleiche ist jetzt, wenn ich zum Beispiel hier oben, wenn ich nicht hier rüber gehe, über die Einstellungsebene und hier rüber jetzt eine Ebene drüber lege, sondern ich male direkt auf der Hintergrundebene, indem ich jetzt, oder beziehungsweise verändere was auf der Hintergrundebene. Das können wir natürlich auch machen, wenn wir auf Bild gehen, auf Korrekturen und hier mal eine Farbtonsättigung nehmen und hier mal ein wenig die Sättigung richtig nach oben ziehen. So, damit wir das auch richtig sehen, mache ich das auch ganz extrem. Okay, das haben wir jetzt alles auf der Hintergrundebene gemacht. Das bedeutet, da muss man wirklich vorsichtig sein, wenn wir jetzt nämlich einfach auf das Kreuz gehen würden, dann wären wir noch einmal kurz gefragt, ich zeige euch das, ich gehe mal auf das Kreuz. Jetzt wären wir noch einmal gefragt, möchtest du das speichern? Ja, möchte ich gerne speichern. Hier steht, möchtest du die Änderung an Adobe Photoshop Dokument Meeting Komplett Kopie JPEG vor dem Schließen speichern? Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Ich speichere das jetzt und dann wird das Bild einfach geschlossen. Ja, wir haben jetzt das, was wir gemacht haben, einfach in das Bild eingebrannt. Es ist weiterhin ein JPEG und es ist, ja, für immer und ewig, so wie es ist, wir können es nicht mehr rückgängig machen. Ich werde das Ganze jetzt nochmal rückgängig machen, beziehungsweise löschen und mir jetzt einfach nochmal eine Kopie von meinem Bild machen und werde das jetzt nochmal in Photoshop öffnen. Und wir machen jetzt das Gleiche nochmal. Ich male jetzt hier irgendwas rein, direkt auf der Hintergrundebene. Und wenn ich jetzt sage Datei und ich gehe jetzt auf Speichern, wir haben das jetzt gerade über das Kreuz gemacht. Heißt, wenn ich jetzt hier wieder auf Speichern klicke, wird das Bild direkt geschlossen. Ja, ganz wichtig, dann ist das Bild weg. Also es ist zu hier in Photoshop und wir finden das natürlich in der Bridge, aber so bearbeitet, wie wir das jetzt gemacht haben. Wir werden nicht gefragt, ob wir das gerne nochmal kopieren möchten oder so. Wollen wir das jetzt einfach auf dem Bild jetzt so lassen und dann ist das Bild so abgespeichert, dann ist es eingebrannt. Gehe ich jetzt auf Datei und sage Speichern. Das machen wir jetzt mal. Zack. Bam. Fertig. Ist gespeichert. Aber es wird nicht geschlossen. Es bleibt weiterhin in Photoshop. Aber was wir jetzt wissen müssen, wir gehen jetzt mal in die Bridge und jetzt sehen wir schon, meine beiden tollen Kreise, die ich hier wieder gemalt habe, die sind jetzt hier in meinem JPEG schon zu sehen. Heißt, wenn die hier zu sehen sind, kann ich sie auch nicht mehr rückgängig machen. Wenn ich nämlich jetzt wieder zu Photoshop gehe und jetzt mache ich das mit dem Kreuz, werden wir überhaupt nicht mehr gefragt, ob wir das speichern wollen, weil es ist ja schon über Datei, Speichern, gespeichert worden. Ich brauche jetzt einfach nur noch hier zu machen, ist das Bild zu. Ja. Also diese Methode ist jetzt natürlich nicht ohne. Es sei denn, ja, ich werde das Bild mal wieder hier löschen. Es sei denn, ihr wisst schon ganz genau, was ihr an einem JPEG ändern wollt und ihr wisst auch genau, ihr wollt davon jetzt nicht eine zweite Alternative machen und das dann irgendwie abspeichern. Moment, ich zeige euch jetzt mal kurz. Ich werde es jetzt erstmal wieder duplizieren und werde das jetzt wieder öffnen. Wenn ihr also sicher seid, ihr wollt jetzt wirklich nur hier an diesem JPEG irgendetwas verändern, was dann auch wirklich so abgespeichert sein soll. Ihr braucht auch keine Kopie von, ihr wollt auch daraus jetzt keine Photoshop Datei machen, um jetzt hier ein Composing zu starten oder so. Dann könnt ihr alles direkt auf der Hintergrundebene regeln, ja. Ihr braucht dann grundsätzlich sonst nichts machen. Also wenn ihr, sobald ihr aber hier drüber geht und ihr legt euch jetzt hier eine Tonwertkorrektur oben drüber, ich mache das jetzt, zack, die lege ich jetzt hier oben drüber und fange jetzt hier an irgendwas zu korrigieren. Dann könnt ihr auf diesem Wege nicht mehr einfach ein Bild schließen. Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar, wenn ich jetzt auf das Kreuz gehe, so wie ich das gerade gemacht habe. Jetzt ging das ja vorhin so, ich drücke auf Speichern und das Bild wird einfach geschlossen. Mache ich das jetzt, weil jetzt habe ich wie gesagt eine Ebene über die Hintergrundebene gelegt und ich speichere das jetzt. Jetzt kommt die Nachfrage. Wo soll das hin? Und damit, das bedeutet, dass ich mein Originalbild jetzt nämlich nicht mehr verändere. Ich zeige euch jetzt. Ich kann das jetzt hier als JPEG gar nicht auswählen. Da kommen wir gleich zu. Weil ich habe jetzt eine Ebene. Ich bin ja jetzt unter Speichern untergegangen. Unter Speichern unter können wir jetzt hier gar kein JPEG auswählen, weil es schlichtweg eine Ebene hat und eine Ebene kann als JPEG nicht mehr abgespeichert werden. Deswegen müssten wir jetzt hier auf Kopie speichern gehen. Und jetzt finden wir auch unser JPEG. So und jetzt sehen wir schon, hinter unserem Meeting Komplett Kopie Dateinamen ist jetzt nochmal Kopie dahinter gesetzt worden. Das heißt, es ist jetzt eine Kopie von meiner Kopie. Gehe ich jetzt her und speichere das jetzt. Da werde ich sogar nochmal gefragt, in welcher Qualität will ich das JPEG denn jetzt abspeichern? Ich drücke auf OK. Und jetzt werde ich hier nochmal gefragt, möchtest du die Änderungen an dem Adobe Photoshop Dokument jetzt speichern vor dem Schließen? Kannst du sagen, nein, das will ich nicht speichern, denn ich habe das ja jetzt gerade schon gespeichert. Und zwar ist es das jetzt, was ich gerade abgespeichert habe. Das ist natürlich doof. Ich habe jetzt gar keine Veränderung gemacht. Das können wir jetzt gar nicht sehen. Ich hätte jetzt vielleicht mal in der Tonwertkorrektur einfach mal ein bisschen was verändern sollen. Das ist das, was wir jetzt gerade gefragt wurden. Wollen wir das jetzt abspeichern? Jawohl, das möchte ich abspeichern. Und das war das Bild, was ich ursprünglich geöffnet hatte. Das wäre jetzt in der Tonwertkorrektur verändert worden, wenn ich denn was geändert hätte. Und das eben nicht, weil das ist das Original. Das ist jetzt der große Unterschied. Wenn wir nämlich, ja, ich werde das jetzt mal wieder löschen, ist das ein bisschen kompliziert, das zu erklären. Ich muss das natürlich jetzt immer wieder hier öffnen und schließen. Jetzt öffne ich das jetzt wieder. Okay, und würde ich jetzt einfach auf das Kreuz gehen, na klar, dann würde das Bild einfach wieder geschlossen werden, weil wir haben ja jetzt nichts gemacht. Jetzt gesetzt den Fall. Ich öffne jetzt einfach mal das Schloss. Selbst das reicht schon aus, um das Bild nicht mehr so zu speichern, wie ich euch das anfangs gezeigt habe, sondern wie ich euch das als zweite Alternative gezeigt habe, dass ihr jedes Mal gefragt werdet, ob ihr denn oder wo ihr denn euer Bild speichern wollt. Also, ich meinte das jetzt hier. Genauso wie wenn ich das so mache, Datei und unter Speichern klicke. Auch jetzt wird das Bild nicht einfach nur noch gespeichert, sondern ich habe das Schloss geöffnet. Das bedeutet, ich werde jetzt direkt gefragt, wo möchte ich das abspeichern? Und kann jetzt hier auch schon nicht mehr das normale JPEG aussuchen, weil ich das Schloss geöffnet habe, sondern ich muss tatsächlich auch hier jetzt schon auf Kopie speichern klicken, wenn ich das denn als Kopie speichern, als JPEG speichern möchte. Jetzt finde ich hier mein normales JPEG. Also, auch das ist zu berücksichtigen. Sobald ihr das Schloss geöffnet habt, könnt ihr nicht mehr einfach auf das Kreuz gehen und dann Speichern klicken und dann ist das Bild zu und das Originalbild habt ihr dann gespeichert, sondern ihr müsst im Grunde genommen dann eine zweite Datei generieren. Allerdings gibt es da jetzt dann doch wieder eine Besonderheit, nämlich, wenn ihr jetzt angenommen das Schloss geöffnet habt, ihr habt euch da eine Einstellungsebene drüber gelegt und habt da meinetwegen irgendwas verändert. Wir machen das jetzt mal ein bisschen heller hier und dann habt ihr meinetwegen auf einer leeren Ebene einfach mal hier irgendwas rumgemalt. So, und wie ich euch ja gerade gezeigt habe, ihr könnt jetzt nicht einfach mehr hier hergehen und sagen, ja, wir speichern das jetzt, weil wenn ich jetzt hier drauf drücke, werden wir natürlich gefragt, wo wollen wir das speichern, als was für ein Format wollen wir speichern. Wir sehen auch, ich habe hier dann natürlich auch kein JPEG mehr dabei, weil wir jetzt hier eben angelegt haben. So, aber jetzt möchte ich dann doch wieder auf normalen Wege einfach hier mit dem Kreuz die ganze Sache schließen wollen. Dann gibt es schon eine Möglichkeit, das Ganze zu erreichen, nämlich, indem ich jetzt hier oben einfach auf die oberste Ebene klicke, rechtsklick und einfach sage, auf Hintergrundebene reduzieren. Jetzt passt mal auf, was hier unten mit der Ebene passiert. Zack, wir haben hier wieder unser Schloss und es ist alles zu einer Ebene zusammengefasst und wir haben jetzt hier sozusagen wieder unsere Grunddatei, wie wir das vorher hatten. Ja, nur, dass wir die jetzt natürlich verändert haben. Wir haben das nur auf die Hintergrundebene reduziert und haben das Schloss jetzt automatisch dazu bekommen. Jetzt können wir einfach wieder sagen, okay, ich schließe das jetzt über das Kreuz und sage jetzt speichern. Dann ist das einfach wieder zu, wie ich euch das am Anfang gezeigt habe. Oder auch wenn wir jetzt hier auf speichern klicken, werden wir auch nicht mehr gefragt, wo wir das hinhaben wollen und als was wollen wir das speichern, sondern ich kann jetzt einfach auf speichern klicken und es wird gespeichert. Wir kriegen keinen neuen Dialog. Ja, und wir können jetzt einfach das hier schließen. So, und das ist jetzt halt auch noch eine Möglichkeit, das auf die Art und Weise zu machen, indem man einfach auf Hintergrund reduzieren klickt und dann hat man den gleichen Effekt, als wenn man das Bild gerade geöffnet hätte. So, ich werde jetzt das Bild wieder mal löschen und werde mir wieder ein Duplikat machen. So, und werde das wieder in Photoshop öffnen. Und ich denke mal, so habe ich euch jetzt schon mal die eine Sache gezeigt. Einmal hier die Möglichkeit, das hier einfach über das Kreuz zu schließen. Wann geht's, wann geht's nicht? Und genauso gut hier mit dem Speichern. Ihr seht schon, das ist jetzt wieder ausgegraut, weil ich das hier jetzt gerade ganz frisch geöffnet habe. Okay, wir kommen jetzt mal zu dem Punkt Speichern unter. Wann nutze ich diese Alternative, Speichern unter? Das nutze ich eigentlich grundsätzlich, wenn ich, ja, so eine Art entweder Composing starten möchte oder etwas starte, wo ich immer wieder nochmal darauf zurückgreifen möchte, um da weiterzuarbeiten. Also nicht direkt ein großes Composing, aber meinetwegen irgendwas, dass ich irgendwas mit Schriften machen will oder wie auch immer. Ich möchte sozusagen eine Photoshop-Datei abspeichern, damit ich immer wieder darauf zugreifen kann und weiterarbeiten kann oder wie auch immer. Und dann gehe ich grundsätzlich so vor, dass ich das Bild hier ganz normal öffne. Jetzt kann man auch einfach schon mal anfangen hier zu arbeiten, kann jetzt schon die ersten Ebenen drüberlegen und irgendwas komposen oder wie auch immer. Man kann aber auch direkt von vornherein schon sagen, so, ich möchte mein Originalbild gar nicht anfassen. Das soll einfach nachher wieder ganz normal zugemacht werden, sondern ich möchte mir jetzt schon mal eine Photoshop-Datei anlegen. Und in der Photoshop-Datei, da möchte ich jetzt einfach drin arbeiten. Ja, dann gehe ich grundsätzlich eigentlich so vor. Ja, grundsätzlich nicht. Manchmal fange ich schon an zu arbeiten und dann mache ich das erst später. Das ist also grundsätzlich kein Problem. Aber ich zeige euch das mal, wie man es am besten machen sollte, nämlich vorher schon mal sowas anlegen. So, also heißt also, die Datei, die ich jetzt geöffnet habe, die wird eigentlich gar nicht verändert, sondern ich mache jetzt sozusagen eine Photoshop-Datei separater draus. Ich gehe jetzt hier nochmal auf die Bridge und wir sehen, wir haben jetzt hier zwei Bilder geöffnet. Also zwei Bilder, einmal mein Originalbild und hier ist das Bild, was ich jetzt in Photoshop geöffnet habe. Gehe ich jetzt in Photoshop her und sage, ich werde mir das jetzt schon mal als Photoshop-Datei abspeichern, indem ich sage Datei. Okay, und jetzt kommt das Speichern unter. Jetzt würde ich über Speichern unter arbeiten. Speichern unter und sage jetzt, ja guck mal, jetzt sehen wir nämlich auch hier tatsächlich das JPEG, ja, unter Speichern unter, weil wir noch keine Ebenen drüber liegen haben. Das könnten wir jetzt als JPEG abspeichern. Ja, finden wir jetzt alles Mögliche hier, ja. So, ich möchte das aber jetzt als Photoshop-Datei festlegen. Deswegen wähle ich mir das jetzt aus. Der gleiche Speicherort soll das sein. Der Name kann alles so bleiben und ich gehe auf Sichern. Und jetzt schauen wir doch mal in die Bridge. Was haben wir hier? Jetzt müssten wir nämlich eine dritte Datei dabei haben und da ist sie. Jetzt haben wir nämlich hier automatisch unsere Photoshop-Datei angelegt bekommen und hier drin arbeiten wir. Alles, was wir jetzt machen, sehen wir auch sofort in der Bridge, obwohl wir das Bild noch gar nicht zugemacht haben. Natürlich muss man es dann einmal abspeichern. Also, das zeige ich euch jetzt. Ich arbeite jetzt in meiner Datei hier drin. Zum Beispiel lege ich mir eine Einstellungsebene, Gradationskurve an. Ziehe das mal richtig schön dunkel, damit wir das auch gleich alles schon sehen. Dann lege ich mir mal eine leere Ebene an und male darauf rum. Ich mache wieder meine Kreise. Whatever. Und wenn ich jetzt mal in die Bridge gehe, sehen wir, dass wir nichts sehen, denn es ist noch nicht abgespeichert. Jetzt können wir sagen Datei speichern. Und jetzt wird auch nicht gefragt, wo wir das hin haben wollen, weil wir haben uns vorher schon eine Photoshop-Datei angelegt. Ich brauche jetzt nur auf Speichern klicken. Kompatibilität maximieren. Da können wir immer einen Haken rein machen. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Okay. Aber wir werden jetzt nicht gefragt, wo wir das gespeichert haben wollen oder als was. Und wenn wir jetzt in die Bridge gehen, weil ich das jetzt mal zwischengespeichert habe, gehen wir hier rein und schon sehen wir das Ergebnis in unserer Photoshop-Datei. Aber unsere Original-Datei, die wir ja eigentlich geöffnet haben, die bleibt so, wie sie ist. Und wenn ich jetzt diese Datei hier, die Photoshop-Datei, schließe, weil ich jetzt sage, damit bin ich jetzt fertig, dann kann ich jetzt hier einfach auf das Kreuz gehen, zack, ist das zu. Aber auch jetzt bleibt unsere Hauptdatei unberührt nur die Photoshop-Datei. Die habe ich jetzt geschlossen und die ist jetzt hier so gespeichert, wie ich euch das gerade gezeigt habe. Das ist der Hintergrund im Grunde genommen bei, ich mache jetzt hier nochmal dieses Bild auf, das ist der Hintergrund beim Speichern unter. Das ist also wirklich praktisch, wenn man das direkt am Anfang macht, wenn man etwas Größeres vorhat und nicht einfach nur mal eben kurz das eigentliche Bild, was ich jetzt nur so mal eben schnell verändern möchte und ich will das auch im Original so gespeichert haben, dann braucht man den Weg natürlich nicht gehen. Dann kann man den ersten Weg gehen, den ich euch gezeigt habe. Aber dann gibt es auch kein Zurück mehr, das muss man immer bedenken. Es gibt kein Zurück mehr, aber als Photoshop-Datei kann ich alles wieder rückgängig machen. Das ist wichtig. Okay. Ich hoffe, der Unterschied ist so weit rübergekommen und dann kommen wir mal zum Punkt Kopie speichern. Was können wir denn damit jetzt anstellen? Ich habe euch ja jetzt gerade gezeigt, wenn ich auf Speichern untergehe, ich habe jetzt das Bild geöffnet hier, gehe auf Datei, Speichern unter. Jetzt finden wir ja hier alle unsere Formate. Gehe ich jetzt auf Datei, Kopie speichern, das sieht doch alles genauso aus. Da haben wir unsere Formate doch auch. Ja, ist richtig. Aber jetzt passt auf. Jetzt fange ich an hier rumzukomposen, indem ich jetzt wieder das gleiche mache wie gerade. Also, ich lege wieder Ebenen an. Darauf kommt es jetzt an. Ja, sobald ich anfange, Ebenen hier drüber zu legen, dann kriegen wir ein Problem. Also, ich lege jetzt hier eine leere Ebene an, mache jetzt hier wieder irgendwelche Spielchen, ändere das Bild, indem ich das jetzt hier dunkler mache. Wir sehen schon, wir bekommen immer wieder Ebene hier drüber. Wenn ich jetzt hergehe und sage Datei, Kopie speichern, nein, Speichern unter, so, und ich möchte das gerne als JPEG abspeichern. Das wird jetzt hier nicht mehr funktionieren, weil, wenn wir das jetzt mal aufklappen, finden wir kein JPEG mehr. Gerade haben wir es noch gefunden. Das liegt jetzt daran, dass wir jetzt hier Ebenen angelegt haben und ein JPEG kann man als Ebenen oder mit Ebenen nicht speichern. Deswegen wird das jetzt hier auch nicht mehr angezeigt. Dafür müssen wir auf Kopie speichern gehen, denn wir machen uns jetzt eine Kopie von unserem Ergebnis, was wir jetzt gerade hier in Photoshop erreicht haben. Und dann werden die Ebenen aber nicht mit abgespeichert. Und die sind sozusagen dann zusammengefasst auf die Hintergrundebene. So könnte man das jetzt sagen. Wenn ich das jetzt sage, ich möchte jetzt nur einfach mal eine JPEG-Datei davon abspeichern, um dieses Ergebnis einfach schon mal als JPEG vorliegen zu haben, dann müsst ihr auf Kopie speichern gehen und könnt euch jetzt hier alle möglichen Formate auswählen. Natürlich meistens das JPEG. Und dann steht hier auch direkt Kopie dahinter. Ihr könnt der ganze Sache natürlich auch einen Namen geben, woanders speichern und so weiter und so fort. Natürlich hat man trotzdem die Möglichkeit zu sagen, hey, ich gehe auf Speichern unter. Ich habe keine Lust auf Kopie speichern zu gehen. Oder ihr habt euch jetzt verklickt und seichtet hier in Speichern unter und jetzt findet ihr hier euer JPEG nicht. Könnt ihr hier rechts auch drauf klicken, Kopie speichern. Wenn ihr das macht, kommt ihr in einen anderen Dialog unter Kopie speichern und jetzt seid ihr im Grunde genommen wieder da, wo ihr hingekommen wärt, wenn ihr hier auf Datei Kopie speichern angeklickt hättet. Wenn, das ist also im Grunde genommen diese Geschichte mit Kopie speichern und speichern unter, dieses Auseinanderhalten hier, dass es hier zwei Rubriken gibt. Das ist irgendwann mal in Photoshop dazugekommen. Ist schon ein bisschen länger her. Das irritiert den einen oder anderen. Die wollen das dann nicht haben. Das kann man umstellen in den Voreinstellungen. Wir greifen da dann jetzt mal vor und gucken jetzt doch mal in die Voreinstellungen. Ja, bei Apple ist das hier unter Photoshop und bei Windows-Usern unter Bearbeiten. Voreinstellungen und dann hier unter Datei Handhabung. Wenn wir da drauf klicken, dann können wir hier auswählen, altes Speichern unter aktivieren. Wenn wir das jetzt machen, ich erspare mir das jetzt, dann bekommen wir unseren ganz alten Speichern unter Dialog. Ja, dann ist dieses, komm wir machen es doch mal, wir machen es doch mal, damit ihr seht, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht den alten Speichern unter Dialog gar nicht kennt. Ja, das machen wir jetzt mal. Wenn du zum alten Speichern unter zurückkehrst, wird Kopie nicht mehr an den Dateinamen angehängt. Wenn du eine Kopie speicherst, wenn du diese Option aktivierst, wird das Dokument eventuell versehentlich überschrieben. Und du verlierst deine Arbeit aufgrund identischer Dateinamen. So, also, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ja, ich habe euch ja gezeigt, dass wenn ihr jetzt einfach ein Bild speichert, werdet ihr immer eine Kopie angelegt bekommen. Ich lasse das Häkchen nochmal raus, ich zeige euch jetzt, was ich meine. Und zwar, wenn ich jetzt auf Datei Speichern und Kopie Speichern gehe, dann bekommen wir hier das Wort Kopie dahinter gesetzt. Ja, wenn ich das jetzt umstelle, Dateianhabung, ich mache jetzt hier ein Häkchen rein, ja, kriegen wir den Dialog wieder. Okay, und ich gehe jetzt her und sage Datei, Kopie speichern, dann haben wir das Kopie nicht mehr hier hinter stehen. Ja, das kann tatsächlich dazu führen, dass man mal eine Datei überschreibt, nämlich die, ja, Originaldatei. Dann wird nicht mehr automatisch eine Kopie erstellt von der ganzen Geschichte. Wenn ich jetzt mal auf Datei gehe und auf Speichern unter, dann sehen wir jetzt den ganz alten Dialog von früher. Hier können wir nämlich jetzt sagen, dass wir Ebenen mit einbinden wollen. Wenn ich mir jetzt hier aber ein JPEG auswähle, ist das automatisch ausgegraut. Und das ist jetzt noch der alte Dialog, so ist das früher gewesen, ja. Das Kopie speichern, das bleibt aber trotzdem hier erhalten, auch wenn wir in den Voreinstellungen das umgestellt haben. Ich werde aber jetzt wieder ganz schnell die ganze Sache abwählen. Ich möchte den neuen Dialog so haben. Der gefällt mir wirklich eigentlich ganz gut. Gut, so, das heißt, wir haben also jetzt Speichern, Speichern unter, Kopie speichern, das haben wir jetzt soweit abgehandelt. Genauso, was passiert, wenn man hier einfach aufs Kreuz drückt. Das sind jetzt wirklich die Unterschiede, wo ihr darüber nachdenken müsst, wie speichere ich das Ganze denn jetzt ab, hier in diesem Bereich. So, und dann haben wir ja jetzt als nächsten Punkt hier Exportieren. Und zwar Schnellexport als PNG. Damit fangen wir mal an. Was ist damit gemeint? Ein PNG. Ich denke mal, das brauche ich jetzt hier weiter nicht erklären. Wenn wir hier Transparenzen im Bild haben, dann werden die Transparenzen mitgespeichert. Das ist sehr gut, wenn man für Web irgendwelche, ja, Grafiken erstellt. Aber auch bei Bildern kann das durchaus mal sinnvoll sein. Und die PNGs, die haben halt den Vorteil, dass da Transparenzen mitgespeichert werden. Ich werde mal jetzt hier dieses Bild einfach wieder auf den Originalzustand bringen. Unter Protokoll gehen wir mal wieder ganz zurück. So. Und angenommen, wir haben jetzt hier eine Transparenz drin. Ja, wie machen wir das jetzt mal? Ich zeige euch das. Ich öffne jetzt mal das Schloss und werde jetzt einfach mal hier das Bild ein Stückchen verschieben. So nach hier. Damit wir jetzt hier so eine Transparenz haben. Und jetzt können wir einfach sagen, unter Datei, Exportieren, Schnellexport als PNG. Und dann wird das Ganze jetzt, okay, es wird jetzt hier auf dem Schreibtisch abgelegt. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Wird auf dem Schreibtisch abgelegt und sichern. Und das war's. Also das ist ein ganz schneller Export, den man mal eben durchführt. Dauert ein bisschen, bis das gerechnet ist. Und dann schauen wir doch mal in die Bridge unter dem Schreibtisch. Und dann sieht das Ganze, wo haben wir das Bild jetzt? Da ist es, so aus. So, das wird zum Beispiel sehr oft benutzt im Grafikdesign. Ja, wenn man da halt mit Transparenzen arbeitet. Beziehungsweise halt auch für Webdesigner. So, wir gehen aber wieder zurück hier in unseren Ursprungsordner. Und ich werde jetzt hier das Bild auch wieder zurücksetzen. Und zwar auf den Ursprungszustand. Ja, und das ist eigentlich alles zum Thema Schnellexport. Ja, wenn man ein PNG braucht, wo man seine Transparenzen haben möchte, dann einfach hier drauf klicken. Und dann wird man noch einmal gefragt, ja, wo will ich es dann haben? Und schon ist die ganze Sache abgeschlossen. So, der nächste Punkt ist dann hier das Exportieren als. Das öffne ich jetzt mal. Diesen Dialog gibt es natürlich schon länger. Aber hier ist gleich eine Besonderheit dazu gekommen. Und diese Besonderheit, die könnte dazu führen, dass ich dieses Exportfenster tatsächlich doch etwas öfter benutze. Denn normalerweise alles, was wir sonst auch immer schon machen konnten, nämlich die Bildgröße verändern. Hier Dateiname. Das können wir ja auch ganz normal beim Speichern in anderen Dialogen erreichen. Genauso wie die Qualität des StepEx. Die können wir jetzt auch bei anderen Möglichkeiten noch einstellen. Ja gut, jetzt haben wir hier die Bildgröße. Okay, die ist jetzt hier noch dazu. Aber die gab es natürlich vorher auch schon. Die konnten wir auch immer einstellen. Das habe ich in der Regel dann immer in der Bildbearbeitung schon gemacht, dass ich gesagt habe, nein, das möchte ich schon vorher in Photoshop geändert haben. Hier über Bild und Bildgröße hier oben. Das würde ich dann beim Exportieren nicht unbedingt machen. Aber das gab es auch schon immer. Genauso wie wir die Arbeitsfläche hier verändern können. Auch die Metadaten, die konnte man immer schon hier mit einfügen. Aber hier unten, hier ist ein Bereich dazugekommen, der dann doch dazu führen könnte, dass man diesen Dialog exportieren als doch viel häufiger nutzen würde. Jetzt haben wir hier unten auch noch sRGB konvertieren und Farbprofil einbetten. Ja, diese Häkchen sollten immer mit drin sein. Aber dieser Bereich hier, den wir jetzt hier irgendwie gar nicht verändern können. Hier steht auch was von Beta. Der könnte sehr interessant werden. Und da greife ich mal vor, denn das ist ein Bereich, den ich nächste Woche für die Voreinstellung als nächstes Thema bringen werde. Deswegen werde ich hier gar nicht so viel zu sagen. Nur das eine. Hier können wir jetzt gerade nichts machen, wie ihr sehen könnt. Hier ist einfach nur ein Hinweis, Inhaltsurhebernachweis, Beta in Klammern, für dieses Dokument nicht aktiviert. Okay, was könnte das jetzt heißen? Und jetzt greife ich vor. Ich breche das jetzt mal ab. Wenn wir diese Urhebernachweise hier mit einbinden wollen bei unserem Exportieren, müssen wir überhaupt erstmal bei diesem Bild diese Urheber, hier ist dieses Feld hier, Inhaltsurhebernachweis, aktivieren. Wir haben hier ein Fenster, das heißt Inhaltsurhebernachweis. Wenn ihr das Fenster hier unten nicht habt, das sieht so aus, wenn ihr das nicht habt, dann findet ihr das unter Fenster und dann unter I, Inhaltsurhebernachweise. Das könnt ihr euch einblenden und dann habt ihr es hier. Und so sieht es aus. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann achtet mal darauf, was hier oben jetzt in eurer Registerkarte passiert, vor dem Dateinamen. Ich klicke jetzt drauf, klack. Und jetzt haben wir hier so ein CR davor stehen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass das jetzt mit Urheberrechten versehen ist. Und wenn ich jetzt das Ganze zumache hier, beziehungsweise exportieren will über Datei und dann exportieren als. Jetzt haben wir auch gleich, wenn das geladen ist, die Möglichkeit hier das Ganze mit anzuhaken. Und zwar in der Form, dass wir einmal sagen, entweder ohne oder in Inhaltsurhebernachweise Cloud veröffentlichen oder an Datei anhängen. Und was das heißt, das werde ich im nächsten Film alles genau erklären. Nur für euch jetzt schon mal zur Kenntnis, das wird ein interessanter Bereich sein, der also nur über den Exportieren als Dialog zu erreichen ist. Und sonst nirgendwo. Ganz wichtig zu wissen, dieser Dialog wird dann noch viel wichtiger, als er vielleicht vorher gewesen ist. Nächster Punkt, das ist dann jetzt Datei exportieren für Web speichern. Da geht man ein paar Filme zurück. Da habe ich schon einen Film veröffentlicht, der heißt Fotos für Web vorbereiten oder optimieren. So heißt er. Fotos für Web optimieren. Ein paar Filme zurück. Dann findet ihr hierzu eine genaue Beschreibung. Ich klicke jetzt hier mal drauf für Web speichern. Und das ist ein Dialog zum Speichern von Bildern, wenn ihr eure Bilder im Web veröffentlichen wollt. Natürlich kann man das auch auf andere Weise machen. Aber hier habt ihr tatsächlich direkt die Möglichkeit, alles perfekt zu einzustellen. Denn das Wichtigste, wenn ihr ein Bild im Web veröffentlichen wollt, ist eine kurze Ladezeit im Internet. Weil wenn das zu lange dauert, dann wird das Bild unglaublich lange dauern, bis es vielleicht geöffnet ist. Und dann sind die Leute, die sich das Bild im Internet angucken wollten, wahrscheinlich schon wieder weg von eurem Bild. Und haben den Browser zugemacht oder sind auf eine andere Seite gegangen. Und deswegen ist das hier eigentlich eine tolle Sache, um ein Bild zu verkleinern. Wie gesagt, im Film, vorher habe ich euch das schon mal gezeigt, ein paar Filme zurück. Ich glaube, das sind so acht Filme zurück. Ich werde euch den Film ganz am Ende verlinken. Am Ende des Films könnt ihr direkt dann auf den Button klicken und den Film gerne mal anschauen. So, und hier könnt ihr jetzt verschiedenste Sachen einstellen. Da werde ich jetzt weiter nicht drauf eingehen. Das würde jetzt den Rahmen hier des Films sprengen. Und ihr könnt dann hier nach und nach irgendwas einstellen, dass dann unterm Strich die Bildgröße immer kleiner wird. Und das ist Sinn und Zweck von diesem ganzen Dialog. Okay, das breche ich jetzt ab. Aber dieser Dialog, wie gesagt, ist dazu da, um ein Bild fürs Web vorzubereichen. Egal, ob das jetzt ein PNG, ein GIF oder ein JPEG ist. Gut, und jetzt haben wir noch mal eine Besonderheit. Und zwar dieses Schloss. Denn, wenn ihr mal vielleicht festgestellt habt, schon mal in der Vergangenheit, dass wenn ihr ein Bild verkleinert und ihr am Rand so eine Störung habt, dann habt ihr nämlich mit dem Schloss was falsch gemacht. Ich zeige euch jetzt mal, was ich meine. Ich öffne jetzt das Schloss. Angenommen, ihr habt irgendwann mal das Schloss geöffnet, weil ihr hier irgendetwas machen wollt. Und jetzt wollt ihr das Bild verkleinern. Jetzt passt mal auf, was passiert. Ja, ich werde das Bild jetzt verkleinern. Wir sehen jetzt erstmal hier am Rand, das alles, na, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt habe ich schon fast euch den Effekt gezeigt. Das mache ich wieder rückgängig. Ich zeige euch jetzt mal am Rand, dass hier alles gut aussieht. Hier ist alles ordentlich und sauber am Rand. Und wenn ich jetzt das Bild verkleinere, Bild, Bildgröße, und ich mache aus diesem großen Bild jetzt mal ein kleines Bild. Sagen wir mal 1000 mal 667. Okay. Und jetzt zoome ich mal rein. Jetzt passt mal auf, was passiert ist, wenn man jetzt mal ganz pingelig ist. Und das könnte tatsächlich nach dem Web, wenn ihr das Bild im Web seht, ihr seht das vielleicht schon aus der Entfernung. Hier ist irgendwie so ein komischer Rand. Und den Rand habt ihr drumherum. Jetzt könnt ihr den Rest nicht so gut sehen. Das sieht man besonders in dunklen Pixelstellen. Und jetzt zoome ich mal rein. Hier sind wir schon im Pixelbereich. Und wenn wir jetzt mal im Pixelbereich schauen, dann sehen wir auf einmal die Transparenz hier drunter. Und die werdet ihr auch sehen, wenn ihr das JPEG jetzt abspeichert. Dann seht ihr zwar keine Transparenzen da drin, aber ihr seht dann eine Störung hier. Und das passiert immer dann. Und das wird immer passieren, wenn ihr dieses Bild abspeichert. Jetzt, wenn ihr jetzt also sagt, Datei speichern. Das könnt ihr ja jetzt so machen. Nein, das könnt ihr ja jetzt nicht so machen, weil ihr habt ja das Schloss rausgenommen. Wenn ihr jetzt versucht, dieses Bild zu schließen, habe ich euch am Anfang des Films gesagt, speichern, dann werdet ihr jetzt gefragt, weil ihr habt jetzt das Schloss entfernt. Jetzt könntet ihr aber auch sagen, Rechtsklick auf Hintergrundebene reduzieren. Und jetzt könnt ihr das Bild einfach so zumachen. Ja, und wenn ihr das Bild dann jetzt abgespeichert habt, dann werdet ihr auch hier diese Störung definitiv ebenfalls sehen. Ja, das ist ein Effekt, den man dann hat, weil, wenn man das nämlich jetzt abspeichert, weil ihr müsst jetzt bedenken, in dem Moment, wo ihr das Schloss rausnehmt, und ich jetzt mal auf mein Verschieben-Werkzeug gehe, dann könnt ihr diese Ebene verschieben und ihr habt jetzt eine Transparenz hier drunter. Und diese Transparenz, die kommt unter Umständen oder eigentlich fast immer, dann plötzlich zum Vorschein an den Rändern. Was anderes ist das jetzt, wenn ihr, auf Protocol, ich gehe jetzt mal wieder zurück auf den Ursprungszustand, was anderes ist das, wenn ihr jetzt versucht, dieses Bild mal zu verschieben. Ihr seht, könnt ihr nicht verschieben. Ja, die aktuelle ausgewählte Ebene ist eine Hintergrund-Ebene. Du kannst eine Hintergrund-Ebene nicht verschieben und deren Zeichen, Ordnung, Mischmodus oder Deckkraft nicht verändern. Bla, bla, bla und hin und her. Also, wir können hier jetzt gar keine Transparenz hier hinter sehen, denn diese Ebene ist ja fixiert. So, solltet ihr irgendwann mal diese Ebene geöffnet haben und wollt das Bild jetzt verkleinern, müsst ihr grundsätzlich hergehen und mit Rechtsklick hier auf die Ebene gehen und sagen, auf Hintergrund-Ebene reduzieren. Wenn ihr jetzt das Bild verkleinert, machen wir jetzt nochmal Bildgröße und jetzt auf 1000x1000 geht oder 1000x667 und jetzt mal in die Nähe reinzoomt, dann werdet ihr sehen, dass das Bild keine Störung mehr hat. Ja, wir sehen, hier kommen wir wieder im Pixelbereich, aber hier haben wir ein ganz normales Ergebnis. So, das wie gesagt als letzten Tipp nochmal hier in diesem Film, denn das ist wirklich eine Sache, die ist auch wichtig, wenn ihr Bilder speichert, dass ihr immer auch berücksichtigen müsst, wenn ihr das Bild am Ende wirklich verkleinern wollt, dass ihr dann definitiv das Bild auf die Hintergrund-Ebene reduziert, ansonsten werdet ihr hässliche Ränder bekommen. Ja Leute, ich hoffe, ich habe jetzt in dieses Thema mal ein bisschen Klarheit reingebracht, ja, wie speichere ich meine Bilder am besten, wann wähle ich was aus und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann nächste Woche zum Thema Voreinstellungen und da geht es um die Inhaltsurwährechte und um Metadaten. Alles klar, wir sehen uns nächste Woche, bis dann. Ja, wir sehen uns nächste Woche,